Ein wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Danke für die vielen Tipps und Ratschläge unter den letzten Videos, auch bezüglich nochmal Forschungspunkte bekommen und und und, Waffen herstellen, einiges mehr. Ich brauche Fledermausflügel und Menschenhaut, die nehme ich mal mit. Zudem sollte ich dem Esel nochmal 5 Karotten mehr in Rachen schmeißen. Upsala, hier gehe ich mal durch, warte mal. Die kann ich doch auch bei dem Pfarrer verkaufen, oder? War das nicht so? Irgendwie? Ne, ich wollte nicht alle mitnehmen, ich möchte eigentlich... Hallo? So, komm, da packen wir nochmal ein bisschen was zurück. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. So, ein Stack nehmen wir mal mit. Ein Stack nehmen wir mit. Wir haben noch ein bisschen Brot dabei. Ich muss mich beeilen. Wir müssen nämlich jetzt gleich beten gehen. Habe ich noch Platz? Ja, ich habe noch Platz im Inventar. Hier habe ich letztes Mal den Dünger vergessen. So ein Dreck. So ein Dreck. Ganz ehrlich. Ähm, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Wir haben hier den Dünger vergessen. Ähm, hier habe ich ihn draufgepackt durch Zufall. Habe es dann irgendwie, ich möchte mal sagen, geistig ein bisschen verballert. So wie ich halt bin. Äh, den, da kümmere ich mich gleich drum. Ich gehe jetzt erst beten, sonst kriegen wir das nicht mehr hin. Ähm, und dann wurde mir unter einem Kommentar geschrieben, äh, düng doch vorher die Felder, dann kriegst du da bessere Sachen raus. Das ist richtig. Ich habe es einfach nur vergessen. Wir nehmen hier das Buch mit und die Kugeln mit, vorsichtshalber. Ähm, äh, was können wir denn mal hier lassen? Die Blumen lassen wir mal hier. Dafür nehmen wir den noch mit. Dadurch können wir noch forschen für dunkle Punkte. Mir wurde auch gesagt, kauf dir Bücher. Also immer wieder Sachen beim Schmied verkaufen, Bücher kaufen und dann ist alles tutti. So, packen wir rein. 90% Erfolgschance. Hat sich wenig geändert zu dem, wie es vorher war. Aber ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall wohl irgendwie gebacken. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich bin jetzt bei Tag 90. Also wenn ihr die Folge, die ihr hier seht, die müsste morgen kommen. Also, morgen sage ich. Äh, am Freitag kommen. Nicht morgen. Und da bin ich bei Tag 90 jetzt angekommen. Also, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Guck mal, einer hat noch toll gesagt. Da kriegen wir noch so eine Kugel durch. Zwei sogar. Geil. Jetzt spenden die wieder wahrscheinlich irgendwie wieder zwischen vier und neun. Die sind da ja ein bisschen geizig geworden. Wir hatten mal welche. 14 haben die zum Teil sogar mal reingeworfen. Ne, jetzt sagen die sich, äh, wir laufen mit der Masse. Das wollen wir natürlich nicht. So, Papier herstellen. Wo kann ich denn nochmal Papier herstellen? War das? Ne, das war hier am Arbeitstisch. Oder hier an diesem Tisch halt fertigen. Siehst du, da kann ich halt Dings herstellen und daraus kann ich dann Papier machen. Siehst du, das ist sogar gar nicht mal wenig, ne? Die Haut, ich weiß gar nicht, ob wir die für andere Sachen brauchen. Keine Ahnung. Wir stellen das jetzt her. Lassen das in Ruhe durchlaufen. Das dauert ein bisschen. Ja, das zieht sich wirklich ein bisschen. Ähm, wie gesagt, dann können wir ja nochmal ein bisschen so, äh, ausholen. Dadurch kriegen wir halt Papier. Papier können wir auseinandernehmen und dafür halt diese dunklen Punkte kriegen. Oder wir können sagen, wir, äh, forschen da oben gleich auch nochmal. Auf jeden Fall diesen Holzrahmen können wir noch forschen. Da müssten wir auch dunkle Punkte für kriegen. Alles, was quasi so um diese Gruftsachen zu tun hat. Ähm, bevor ich hätte die ganze Haut jetzt natürlich verarbeitet, hätte ich die auch noch forschen können. Das steht auch oben nicht beendet. Ah, ein bisschen vollidiot bin ich schon, ne? Manchmal, manchmal schon. Da möchte man einfach... Egal, wenn wir gleich Leichen kriegen, nicht vergessen, Haut forschen. Knochen kann ich noch. Ich glaube, das Blut kann ich auch noch weiter forschen. Äh, da kann ich, kann ich richtig was machen. Jetzt können wir hier leeres Papier herstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon herstellen will. So, die Hälfte mal, ne? Machen wir mal 80 Papiere. Oh, da kommt ordentlich was zusammen, ne? Ich weiß gar nicht, haben wir so viel Platz im Inventar? Da müssen wir uns unbedingt drum kümmern, dass wir die Kreiszeige fertig kriegen, damit wir hier unten mal Regale reinstecken können, ne? Dann können wir hier Haut drin lagern und Fledermausflügel lagern und dann ist es halt ein bisschen organisiert, ne? Ein bisschen Struktur reinbringen, wäre irgendwie wo ganz cool. Die Kuchen spare ich jetzt nicht mehr. Den gönne ich mir jetzt gleich. So einen leckeren Kuchen. Mh, mal eben weggeatmet. Und bevor ich das jetzt mache, forsche ich mal eben. Weil wir haben jetzt noch diesen Buff von einer Minute und ein bisschen. Siehst du, da packe ich den rein. Kriegen wir doppelt dunkle Punkte für. Nur ein Ding, warte mal. Hier, kann für zwei zerlegt werden. Gefertigt am Tisch. Am Arbeitstisch für zwei. Das ist nicht hier. Doch. Zerlegen. Ein. So, jetzt haben wir genug. Mehr, mehr möchte ich jetzt gerade nicht zerlegen. Untersuchen. Untersuchen. Arbeiten. Und, bam. Hölzer nach Rahmen. Dunkle Punkte. Super. Genau so habe ich mir das vorgestellt, weil wir jetzt noch oben diesen Forschungsboost haben. Ähm. Ich glaube, ich werde das gesamte Papier zerlegen. Wir haben immer noch genug Haut. Und da kriegen wir halt, ich weiß gar nicht wie viel mehr. Muss ich gleich mal gucken. Also da steht an sich drauf für zwei, ne? Und was bringt der Boost? Du bekommst mehr Punkte, wenn du neue Gegenstände studierst. Achso. Ah. Okay. Das heißt, ich müsste dann, ich glaube, nur Papier gilt dann nicht. Doch, das kriegen wir noch fertiggestellt. Und dann gehen wir da jetzt gleich an den Tisch. Und dann zerlegen wir das Papier einfach komplett, würde ich sagen. Damit wir ein bisschen Forschungspunkte kriegen. Papier brauchten wir. Äh. Brauchten wir noch Papier. Wir müssen noch Flugblätter und so ein Kram herstellen. Aber da haben wir noch genug, um uns nochmal Papier zu machen. Oh, da klicken wir mal eben schnell durch. Ich kann leider nicht auf alle klicken. Gerückt halten geht auch nicht, auch schön. So, dann haben wir, dann haben wir gleich wirklich Forschungspunkte, ne? Dann können wir hier uns unten mal... Ah. Ich hoffe, das klingt nervlich. Also mich stört es schon ein bisschen. Super. Zack. Jetzt haben wir wirklich viele Forschungspunkte. Jetzt ist natürlich der Typ weg. Das heißt, die Sachen können wir nicht mehr verkaufen. Ist aber auch nicht schlimm. So, wir gucken jetzt nochmal ganz genau, was brauchen wir jetzt für Regale. Balken und Nägel haben wir. Holzbalken haben wir noch nicht. Dafür müssen wir eine Kreissäge herstellen. Das machen wir auch mal eben. Erstmal nehmen wir hier die Kohle wieder mit raus. Okay. Dann schmeiße ich die Karotten eben bei dem Esel rein. Mir wurde gesagt, Frau, such mal fünf mehr. Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen. Hier sind zehn drin. Hier sind zehn drin. Hier, da. Fünf? Was? Wie? Wieso jetzt nur fünf? Ich habe doch zehn reingetan. E-Fertigen. Fünf Karotten. Hä? Verstehe ich nicht. Alter, hat er jetzt schon fünf gegessen? Ich habe da doch zehn reingetan. Ich kann jetzt auch keine Karotten mehr reintun, ne? Kann er nicht drauf rumklingen? Irgendwie. Ich habe doch Karotten in der Tasche, ne? Fünf, ja. Mit ihm reden kann ich auch nicht. Gehen, gib ihm Öl. Ich habe jetzt kein Öl. Ah, schwierig. Schwierig. Okay. Ähm. Lassen wir mal so im Raum stehen. Wir sind wieder ein bisschen durcheinander. Das sind wir wirklich ein bisschen. Ähm. Die wollte ich eigentlich verkaufen. Voraussichtlich. Ich werde aber einfache Eisenstücke. Wurde mir gesagt. 50 Stück. Einfache Eisenstücke. Immer mal zum Schmied bringen. Jeden Tag. Aber nicht jeden Tag. Aber öfter. Dann kriegen wir auch genug Geld zusammen. Ich muss wieder zurück zum Friedhof. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo mein Kopf ist. Ich habe es vergessen, die Sachen rauszulegen. Das packen wir hier rein. Und das packen wir auch hier rein. Mal hier das. Und die packen wir auch da rein. Falls wir die hier verkaufen müssen. Nägel und Bretter haben wir noch ein paar hier. Da nehmen wir noch mal mehr mit. Voraussichtlich. Weil das kann ich auch hier lassen. Die Geschichte. Die Haut kann ich auch hier lassen. Das kann ich auch hier lassen. Das haben wir schon geforscht. Ähm. Ja. Schwierig. Und ich muss mich dann unbedingt mal darum kümmern, dass wir mehr Kuchen bekommen. Es gibt immer so viel, worum man sich dann kümmern will. Wenn dann halt so ein großer Schwung an Sachen kommt, kommst du halt auch einfach nicht mehr hinterher. Dann hast du so viel auf einmal. Ähm. Ah. Sollte reichen. Ein bisschen was kann ich hier auf jeden Fall einsammeln schon mal. Muss auch immer noch diese Dings wieder aufbauen, dass wir Dünger bekommen. Vielleicht setze ich mir hier vorne irgendwie zwei Stück hin, wenn das noch passt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Platz die brauchten. Ich glaube, die brauchten vier, ne? Ich glaube, hier passt der dann nicht hin. Cool. Wir konnten noch alles abernten. Sehr gut. Pack erst mal alles hier rein, ne? Erst mal alles hier rein. Und jetzt gucken wir mal eben, wie groß diese Komposthaufen waren. Dafür brauchen wir Sticks. Die haben wir, glaube ich, noch oben in der Schmiedekiste. Ich glaube, hier müssten noch welche drin sein, ne? Ja. Hier sind auf jeden Fall noch genug drin. Ich nehme einfach alle mit. Weil, warum nicht? Holzbalken haben wir, Kohle haben wir. Es läuft eigentlich alles. Wie gewünscht. Ah. Genau. So, warte mal. Eins. Zwei. Drei. Ja, toll. Eine Reihe frei. Ah, das ist, äh, unglücklich. Da vergeuden wir, da vergeuden wir Platz. Das will ich nicht. Wir können aber zwei übereinander stecken. Erst mal. Und wenn wir nicht, wir können zwei so nebeneinander stecken. Ja gut, ist okay. Ist okay, bis wir dann uns wirklich um den Platz Gedanken machen müssen. So, fertig. Und hier buddeln wir auch einmal rein. Fertig. Wir haben jetzt natürlich, ach, das brauchen wir gar nicht, haben wir oben in der Kiste. Wähle eine Ressource, nehmen wir das, machen wir anstellen. Wählen wir nochmal die Ressource, nehmen wir das, stellen das an. Ich glaube, die Sticks lasse ich auch hier, falls wir da noch welche vom Brauchen, haben wir sie auf jeden Fall. Ähm, die Beeren muss ich mitnehmen, die brauchen wir halt für den Kuchen auch, unter anderem. Also für den Saft, irgendwie für den Teig und hier und da und wisst ihr selber, ne? Da fängt man dann an und kommt zum Nichts mehr. Wie viel Dünger haben wir denn noch? 19, okay. Und wir könnten hier noch ein bisschen was pflanzen. Das machen wir mal. So, pflanzen. Dann ist das hier so. Dünger wählen. Einmal, ne? Macht das Sinn, da zweimal was drauf zu stecken? Bibelsamen kann ich die einfach... Achso, ne, ich wollte schon sagen. Macht das Sinn, da nochmal was drauf zu packen? Ne, bleibt die gleiche Qualität. Ja, ich habe es jetzt gerade nochmal ausprobiert. Bleibt die gleiche Qualität. Packen wir da erst Dünger drauf. Oh, das ist ein Durchgeklicke. Das sage ich dir. Ach, jetzt sind die Schilder im Weg und ich komme da nicht dran vorbeigelaufen. Das ist ja toll. So, das sind hier nochmal ein paar Karotten. Und jetzt pflanzen wir hier nochmal wieder Weizen an. Da können wir ein bisschen mehr von anpflanzen. Davon hatten wir aber auch mehr am Anfang gesät, ne? Ein Hotkey dafür wäre ganz cool. Und wie ich in der letzten Folge gesagt habe, ein größerer... Nein, ich habe wieder das gleiche Bild genommen. Ein größerer Energiebalken wäre auch cool. Aber das Problem kennt ihr ja. Das habe ich auch im Kommentar gelesen. Das wünschen sich... Viele. Einen größeren Energiebalken. Weil das... Das ist halt wirklich irgendwie... Du fängst halt an. Und dann musst du so viel Kuchen essen, der so... Verhältnismäßig teuer ist. Weil das ist nicht so geil. So, das packen wir so. Die Bären nehmen wir gleich mit. Guck mal, so ist das doch gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch gilt, weil diese Zeichen hier verschwunden sind. Oder muss ich die nachträglich düngen? Ne, ne? Da kann ich jetzt nichts mehr machen? Ne. Okay. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das hat funktioniert. Oh komm, diesen einen stellen wir jetzt noch fällig. Ist ja peinlich, wenn der eine da noch drin hängt. Und hier stellen wir jetzt einfache Eisenteile her. Ich stelle mal so ein paar, ne? So ein bisschen... So, irgendwie... Lass ich mal... Ich mach die Dinger mal fertig. Das dauert ja auch ein bisschen. Kostet auch ein bisschen Energie. Da werde ich aber jetzt gleich eben pennen gehen wahrscheinlich. Ich gucke vorher nochmal eben, was wir gleich brauchen für die Kreissäge. Das sind Sachen, die möchte ich fertig haben. Ich will die Kreissäge fertig haben. Ich will dann gleich nochmal in die Stadt und die Sachen verkaufen. Vielleicht noch ein paar Samen kaufen oder so. Müsste ich mal schauen. Jetzt habe ich natürlich geschickterweise die anderen Sachen alle unten reingepackt, ne? Weizen und so. Wobei ich natürlich Weizen und Karotten am besten hier oben lagern könnte. Auf jeden Fall Weizen. Ich muss halt für den Kuchen, muss ich die Brotdinger herstellen. Und dafür fehlt mir halt Weizen. Kann ich mal hier gleich nochmal zeigen oder nochmal selber gucken, um auch sicher zu sein, dass das fehlt und nichts anderes. Gebäckteig. Ach guck, nee, haben wir doch genug. Warte mal, was fehlt uns denn jetzt hier für den Kuchen? Ach, den Kuchen stelle ich ja hier vor... Den stelle ich ja hier hinten her. Einen könnten wir noch herstellen. Sonst brauchen wir noch Gebäckteig. Komm, dann machen wir nochmal Gebäckteig fertig. Guck mal, wie geil. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir noch so viel herstellen konnten davon. Okay, dann machen wir mal so viele Kuchen, wie es geht, ne? Von den Beeren her haben wir ein bisschen was gesammelt zwischendurch. Guck mal, nochmal acht Kuchen anstellen. Das freut mich. Das finde ich richtig gut. Die Teiglinge lasse ich jetzt hier. Die Beeren lasse ich auch hier. Bienen, wie gesagt, diese Bienen könnte ich besser oben lagern. Cool. Wir laufen nochmal acht Kuchen durch. Da muss halt auch ein bisschen was kommen, ne? An Kuchen. Aber wenn wir jetzt da sind, wenn wir die Sachen dann verkaufen können bei dem Schmied, dann kriegen wir wieder ordentlich Kohle. Also das, was hatte ich glaube, er hat immer so um die 20 Silbertaler. Irgendwann können wir dann auch den Händler, der ist jetzt leider da, aber den können wir dann auch irgendwann halt bezahlen. Damit wir das hier auch vernünftig hinkriegen. Ich esse jetzt einen Kuchen. Weil wir haben ja noch acht, die durchlaufen. Und mir wurde ans Herz gelegt, die Sachen nicht mehr zu sparen. Und wir schauen dann gleich mal, was wir, wie gesagt, für die Kreiswerke brauchen. Wenn wir dann Holzbalken haben, dann mache ich einfach ein paar, weil wir brauchen davon ja auch ein paar mehr. Dann können wir uns unten ein Bücherregal herstellen. Ja, aber das könnte ganz cool werden. Dafür brauchen wir halt Latten und Nägel, ne? Diese Energiebalken ist einfach wirklich viel zu klein, ne? Und jedes Mal Penn gehen, ist auch irgendwie nervig. Ah, ich werde mal gucken. Ich werde mal gucken. Ich hoffe, dass wir uns gleich, wie gesagt, die Kreiswerke herstellen können. Platz haben wir hier genug. Wenn wir die Balken dann nämlich haben, kriegen wir Regale und dann können wir auch wieder ein bisschen unten rein sortieren, ne? Ich gucke jetzt mal eben. Nägel brauchen wir, müssen wir eh mitnehmen. Die lasse ich hier. Guck mal ganz kurz. Davon brauchen wir definitiv noch mehr. Wir brauchen Nägel auch noch ein paar. Ich das richtig in Erinnerung habe. Wir gucken mal, was brauchen wir denn für die Kreissäge? Ach, guck mal. Das wären nur vier Holzplanken. Können wir uns doch hier unten, da haben wir doch noch genug, oder? Haben wir da doch eigentlich schon, ne? Vier Stück. Hier, eins können wir herstellen. Dafür brauchen wir Balken. Okay. Jetzt wieder ein bisschen hin und her gelaufen hier. Äh, Balken. Hier brauchen wir. Da brauchen wir eh noch ein paar mehr von, deswegen stelle ich davon mal ein bisschen was her und lasche nochmal einen Kuchen weg. Ich finde, Kuchen bringt viel Energie. Was ist das denn? Sagt er mir, ich müsste jetzt schlafen gehen? Also kann ich nicht einfach die ganze Zeit durcharbeiten? Warte mal, was heißt das denn? Müde, du musst schlafen, sonst verlierst du weitere Energie. Okay. Ah, da muss ich zwischendurch schlafen gehen. Ah, dann macht das gar keinen Sinn, sich die ganze Zeit die Kuchen einfach nur reinzukloppen. Ah, okay. Das war doof. Das war doof. Ich meine, ist nicht schlimm. Wir haben ja nie einen Überschuss an Energie, ne? Also wir... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, wie ich das meine. Ähm, ist ja nicht so, dass wenn ich mir jetzt einen Kuchen genommen habe und mich dann schlafen lege, dass das dann völlig umsonst war, weil ich die Zeit x durchschlafe. Äh, ich dachte, ich war da noch nicht fertig. Hatte gedacht, ich wäre damit noch nicht fertig gewesen. Äh, okay. Lassen wir mal so im Raum stehen. Ich dachte wirklich, da würde noch was offen sein. Dann stellen wir uns hier jetzt ein bisschen Holzplanken her. Ich glaube, drei Stück brauchen wir noch, ne? Drei, wenn ich das noch richtig habe. Dann die Kreissäge und dann können wir uns nämlich die Balken herstellen. damit wir die Organisation wieder ein bisschen nach vorne bringen. Nein, natürlich ein mehr. Ah, ist ein Traum, oder? Ist ein Traum. Ah, ist das schön. Natürlich ein mehr. Aber was soll es auch anders sein? Komm, jetzt, ich mache die Sachen eben fertig, dann ist meine Energie sowieso wieder im Eimer. Wie gesagt, ich finde es immer noch krass, dass er die ganzen Sachen mit der Hand formt, ne? Er ist schon, schon ein starker Typ. So, und die Kreissäge. Ah, schade. Ich kann die auch nicht drehen. Könnte das hier natürlich ein bisschen umstrukturieren, platzmäßig, aber so ist okay. Komm, setz dich da unten hin, die muss ich eh noch fertig bauen. Dann haben wir eh keine Energie mehr. Ach, ich habe den Hammer nicht in der Tasche. Habe ich ja letztens mal rausgelegt, weil ich sagte, ein bisschen mehr Platz wäre ganz cool. Wo habe ich denn den Hammer hingelegt? Wollte ich den hier drinnen? Ja, puh, okay. Hä? Da habe ich gerade ein bisschen Panik gekriegt, dass ich dachte, okay, gut, ich behalte den Hammer jetzt einfach mal in der Tasche. Aber da liegen die Teile drauf. Das finde ich irgendwie cool gemacht, sodass die einzelnen Teile da so liegen. Ah, sehr gut. Was brauchen wir denn jetzt für einen Holzbalken? Komplexe Eisenstücke. Da haben wir doch. Hä? Die haben wir doch hier. Ach nie, die haben wir bei dem Bau verbraucht. Alles klar. Okay, komplexe Eisenstücke. Stellen wir uns mal vier her. Also, ein bisschen herstellen. Ich ziehe mir jetzt halt nicht den Kuchen rein, weil der wahrscheinlich gleich sowieso wieder sagt, geh mal schlafen, weil ich mehrere Tage durcharbeite. Aber wir schaffen das dann, wirklich die Kreisegel fertig zu bauen. Wir können dann die Regale unten im Keller aufbauen. Da können wir dann wirklich Sachen reinpacken, die wir auch noch forschen müssen und sollen, damit wir da ein bisschen weiterkommen. Ich habe jetzt noch ein paar dunkle Punkte. Die habe ich jetzt noch nicht verbraucht. Die möchte ich auch noch ein bisschen aufsparen. Da würde ich gerne erst ein paar haben. So, fertigen. Holzbalken. Machen wir mal vier Stück, ne? Ach, guck mal. Dann kann ich das hier oben wegtun. Diesen Holzdingen. Ich stelle das ja hier alles her. Ach, cool. Okay, dann hätte ich das Ding wegnehmen können und den dann da zusetzen können. Ah, das wusste ich nicht. Habe ich mir nicht durchgelesen. Weil dann könnten wir nämlich vielleicht auch in die Marmorbearbeitung gehen. Muss ich mal gucken. Dafür brauchten wir ja irgendwie Steinschneider 2. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Fortgeschrittene Schmelzen haben wir. Amboss haben wir. Äh, wo war das denn? Der Steinschneider 2. War der hier? Ja, hier war er. Äh, 50 Punkte. Alles klar, gut. Äh, ein weiterer Grund, warum wir das sparen wollen. Jetzt brauchen wir noch Nägel, ne? Ich glaube, viel Nägel haben wir da nicht mehr. Aber wenigstens so, dass wir für einen... Nein! Okay. Ich brauche gleich eh noch Energie unten, wenn ich da das Regal aufbaue. Deswegen ist das okay. Balken haben wir hier. Nägel haben wir hier. Das haben wir hier. Weil da kriege ich von allen dreien Punkte, wenn ich das forsche. Ähm. Ich nehme die Haupt mal mit. Die brauche ich hier ja eh nicht. Und was ich auch mitnehme, ist das Blut. Das brauchen wir... Ah, das habe ich schon geforscht. Hier, da. Knochen kann ich noch erforschen. So. Das Blut nehme ich nicht mit. Ich nehme erst mal nur die Sachen mit zum Forschen. Dann lasse ich die wahrscheinlich auch da hinten. Ich weiß, dass ich hier aus dem Menschenfleisch-Burger und so ein Kram herstellen kann. Äh, pff. Trinkt mir halt auch wenig, ne? Leichen. So, wieso kannst du denn... Ich muss dem irgendwie Öl geben. Jetzt ist hier 0 von... Hä? Kann ich die abladen oder so? Selber? Siehst du, 0 von 10. Hast du gesehen? Der isst die weg. Der isst die und bringt aber keine Leichen. Ach. Warte mal. 0 von 10. Ich habe keine mehr im Inventar. Das ist das Problem. Ich glaube, ich habe... Ja, super. Hervorragend. Äh, das machen wir gleich nochmal. Ah, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Bring auch hell und dunkle Punkte. Ähm. Gut, machen wir erstmal so. Und dann bauen wir uns unten jetzt mal so ein Regal fertig, ne? Das wird richtig gut. Und dann gucke ich gleich mal wirklich, ob wir dem eh sind. Ich habe da doch 10 Dinger reingelegt. Alchemierregal. Äh. Kann ich natürlich nicht drehen. Oh, hervorragend. Toll. Äh. Hier wäre auch doof. Äh. Verschwend ich Platz. Ach, hier unten ist auch noch. Ah, okay. Dafür müssen wir erst frei machen. Ähm. Ich stelle das mal... Ich stelle erst mal eins da hinten hin. So. Dann können wir da nämlich gleich mal ein paar Sachen reinpacken. die wir hier halt auch so zum Arbeiten brauchen, ne? Wie dann zum Beispiel auch später die Energiekugel, ne? Wenn ich das hier jetzt reinpacke. So. Und die noch und die Balken noch. Die lasse ich jetzt im Inventar. Die möchte ich eigentlich nur eben forschen. Ach, kann ich nicht. Aha. Ich habe die Kugeln oben liegen lassen. Aber prinzipiell könnte ich das forschen. Ja, super. Ah, toll. Ganz, ganz großes Kino. Ja, es ist ja wirklich super, was ich hier gemacht habe. Ehrliches Gebet. Ach so, damit verstärke ich die wahrscheinlich, ne? Dafür bräuchte ich... Ah, ein Kapitel. Okay, was... Wie stelle ich denn ein Kapitel hier? Notizen. Brauche ich drei Stück. Okay. Um eine Notiz herzustellen, eine Geschichte... Boah, das sind echt lange Rattenschwänze, ne? Das sage ich euch. Also das ist nicht so ein Spiel, wo ich sagen könnte, hey, guck mal, fängst du an, ziehst du straight durch und bist am Ende. Ich weiß auch nicht, ob man alles wirklich erforschen muss und wissen muss in diesem Spiel, aber trotzdem. So, die beiden Sachen und das kann auch mit nach unten. Oh, da hatte ich gerade ein bisschen das Gefühl, dass meine Stimme versagte. Das will ich ja nicht. Ihr sollt ja den liebreizenden Klängen weiter lauschen können. Schade, dass man hier nichts sieht, ne? Wenn da schon Regale sind. Händen die auch, äh... Ach doch, jetzt. Ja, ist was drin. Super, cool. Wir haben zwar keine Flaschen da drin, aber ist okay. So, dann erforschen wir jetzt mal das hier. Untersuchen. Panzer fallen in... Joa, nix. Sehr gut. Gleich haben wir genug Punkte. Dann forschen wir nochmal das Fett. Panzer fallen in Flüssigkeit. Wie eklig ist das denn? Und dann nochmal die Knochen erforschen. Dann kriegen wir halt auch an sich so ein bisschen dunkle Punkte, ne? Dann müssen wir die nicht... Äh, nicht komplett kaufen, ne? Die Sachen. Die Schweinehaut. Ah, ich weiß gar nicht. Für die roten Punkte will ich das gar nicht forschen. Muss ich ehrlich sagen. Die grünen auch nicht. Das ist mir... Dafür ist mir das irgendwie zu wertvoll. Ähm, die Sachen packe ich wieder bei uns. So. Das nehme ich mit für... Äh, Kochaktionen vielleicht. Weiß ich nicht genau, ob wir die dann wirklich machen wollen, aber... So haben wir die Sachen erstmal hier, ne? So haben wir Sachen hier. Leeres Papier. Guck mal, eine Buchpresse. Eichmierregal haben wir. Tisch haben wir. Das haben wir. Ah, okay. Hierfür fehlt uns Marmor. Und hier würde uns Glas fehlen. Das heißt, wir müssten in eine Technologie. Und ich muss halt sowieso hier in Nummer 2 rein, ne? Da kriege ich dann Steinschneiderstufe 2. Und mir wurde auch ans Herz gelegt, dass ich diesen Sammler... forschen soll. Also diesen... Für große Bäume. Würde passen, beides, ne? Ich mach das mal. Freischalten. Und dann geh ich aber auch in die Steinhauerei nochmal rein. Noch haben wir halt ein bisschen Zeit, ne? Ich mein, ich möchte gerne zum Tag des Mondes... Weil es jetzt gleich wieder Nacht wird, da hetze ich mir keinen ab. Äh, ich möchte jetzt das eben mit dem Esel nachgucken. Das wundert mich ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen. Ich hatte da 10 Karotten reingepackt und nichts ist passiert. Ui, sind die schneller gewachsen, die Sachen jetzt? Oder wegen dem Dünger? Mensch. Da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Ui, das ist wirklich viel. Auch unten, was wir an sich gekriegt haben, ne? An Dünger. Nicht wenig. Oh, Inventar ist voll. Ah, nee, doch nicht. Ja, dann düngen wir nochmal und dann kloppen wir nochmal raus, ne? Achso. Ja, bitte. Ach, das ist ja cool, okay. Fertigen. Jetzt drauf. Nehmen. So. Fertigen. Drauf. Ups, okay. Machen wir. Ey, guck mal. Das hat mich grad nicht, ne? Das, äh. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Ja, aber cool. Also das freut mich wirklich. Äh, Karotten nehm ich gleich mit, ne? Karotten nehm ich gleich was mit. Äh, das nehm ich hier rein. Das kommt da hin. Der, das kommt da hin. Die Made kommt da rüber. Wir sortieren mal eben unser Inventar. Oh, die Beeren mitnehmen. Die Beeren mitnehmen. So ein Beerenbusch könnte ich mir dann auch mal irgendwann da unten hin zaubern, ne? Beeren- und Apfelbusch hier. Da kann ich die Dinger herpflanzen. Da müsste ich mal gucken, wo ich die Sachen herkriege. Das weiß ich gar nicht so genau. Oh, hier. Ach nee, da. Ich wollte jetzt, wenn wir sowieso grad den Baumfellperk haben. Ah, okay. Da kriegen wir einfach nur einen Balken mehr da raus, wie es scheint. Komm, hier durch bitte. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die großen Bäume fällen können. Könnte ich mir vorstellen, ne? Probleme aus denen konnte ich nie fällen. Ach, guck, jetzt geht's. Gucken, was du uns gibst. Drei. Hallo. Vier sogar. Mensch. Kann ich von hier rüberwerfen? Ne. Schade. So, guck mal. Ein Baum. Lager wieder voll. Cool. Ja, weil wir brauchen halt wirklich viel, ne? Wir müssen auch noch relativ viel mit Holz machen. Wir müssen jetzt nicht mehr anfeuern. Ich hab eh keine... Keine Eisensachen mehr. Die hab ich schon alle durchgeballert. Die können wir aber anstellen, ne? Keramikkrug. Die könnten wir dann nämlich auch verkaufen. So. Lass ich hier neun Stück durchlaufen. Reicht, da haben wir genug Saft für. Und jetzt brauchen wir noch einen Steinschneider. Da guck ich mal nach, wie teuer der ist. Dann können wir nämlich den anderen abreißen. Äh, Werkbank für Holz. Steinschneider. Steinschneider 2. Oh, der ist gar nicht so teuer. Den machen wir mal eben. Dann entfernen wir diesen Steinschneider. Dann entfernen wir diesen Steinschneider. Hätte ich hier oben mit dem Holz halt, wie gesagt, auch machen können. Ui, das braucht Energie. Satanu, das hat Energie gezogen. Oh, noch gar nicht wenig, ne? Das sag ich euch. So, die hier rein. Äh, Holz kommt alles hier rein. Das nehmen wir mit rein zum Kochen. Da haben wir jetzt richtig was gekriegt. Das passt gar nicht mehr alles, ne? Ähm, Feuerholz nehme ich hier raus. Brauchen wir eh nicht mehr. Dann stelle ich nämlich hier jetzt mal eben Mehl her. Mal eben, ne? Also. So, dann haben wir nämlich Mehl, was durchläuft. Ich wollte gerade sagen, ich esse keinen Kuchen, aber doch, mache ich. Müssen nämlich gleich, äh, müssen wir, ähm, in eine Stadt Sachen verkaufen. Wir könnten uns dann auch nochmal das Buch kaufen, wahrscheinlich. Ähm, für dunkle Punkte. Ich glaube, 25 bringt das, ne? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Dafür brauchen wir halt keine Energie. So, das reicht erstmal. Den Rest lasse ich da so drin stehen. So, dann nehmen wir das mit. Das Fleisch packe ich wieder hier rein. Genauso wie ich wohl 50 von diesen Schellen hier unten reinpacken möchte. Hier. Kann ich da 50 eintippen? Ja, super. Zack, 50 rein. Nägel packe ich da auch hin. Wir nehmen die Krüge mit. Das Feuerholz packe ich hier oben rein. Das wurde mir übrigens auch gesagt wegen dem Stein. Äh, umso mehr ich... ...mit dem Typen zu tun habe, umso besser wird's, ne? Den geben wir jetzt direkt zum Leuchtturm. Da ist er schon. Sehr cool. Äh, einmal handeln. Würden uns gerne dieses Buch kaufen. Ja. Oh, der hat viel. Der hat viel. Der hat richtig viel Kohle. Okay, dann müssen wir dem mal vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Hier unten sind noch Beerenbüsche. Da mache ich mal eben einen Schwenker runter. Genauso wie ich eigentlich die Äpfel mitnehmen wollte und nicht den Pilz. Äpfel, Äpfel, Äpfel. So, dann nochmal die Beerenbüsche. Motten haben wir, ne? Motten hatten wir noch. Gesammelt, falls wir da nochmal angeln gehen müssen. Wobei, ich muss ehrlich sagen, diese Fischdinger, die haben mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, um das mal so auszudrücken, ne? Also, da hätte gerne mehr rauskommen können, als nur so ein bisschen, ne? Das ist wirklich vom Fisch her, der ist mau. Ach, falsch, abgebogen. Ich muss ja erstmal in eine Stadt. Ach ja, ist ein Traum. Dem mussten wir eh nichts mehr geben, ne? Papier haben wir hier. Ich müsste nochmal gucken, was mit unserem Gary war, ne? Letztes Mal, ich habe denen ja den Wein gegeben, aber da war irgendwie nicht so der Fan von, ne? Oh, da können wir sogar noch mehr machen, ne? Könnten wir sogar mal eben verdoppeln, ne? Dass wir sagen, wir nehmen davon nicht 50 mit, sondern 100. Dass wir dann auch wirklich alles verbrauchen. Hier sind noch Beerenbüsche. Alles, was wir jetzt einsammeln, müssen wir später nicht mehr sammeln. Das haben wir, ähm... Ach, ich muss mich auch irgendwann wieder um die Hexe kümmern, ne? Mit der Quest. Wir könnten nochmal runtergehen und mal nach Samen schauen. Ob sich unser Ruf verbessert hat. Irgendwie ist das mit dem Ruf bei mir so ein bisschen verbacken, ne? Da hast du mal dann wirklich guten Ruf. Und dann ist der wirklich im nächsten Moment wieder echt... Also, dass der sich nicht ändert, ne? Handeln, siehst du? Ist ja gut, ist immer noch Rang 2. Ähm... Ich glaube, ich nehme einfach mal so ein bisschen mit, ne? So, 12. Dann kann ich drei Felder hier bestellen. Ja, so machen wir das. Hier ist noch ein Beerenbusch. Den konnte ich letztes Mal auch absammeln, ne? Ja. Ha, wie geil. Den Apfelbaum leider nicht. Wobei der so aussieht wie einer von denen. Tade. Aber gut, die Beeren konnte ich mitnehmen. Hier ist halt auch noch eine harte Kohle-Mine, ne? Wo ich noch nicht runterkomme, weil das immer noch zu ist. Platz habe ich noch drei. Okay, dann passt das. Also, weil da könnten halt... Hallo? Ich würde... Würde dich gerne abernten. Wieso kann ich den denn nicht ernten? Na ja, gut. Ähm... Ich wollte nur sagen, dann würde das nämlich passen. Deswegen gucken wir jetzt hier oben. Hier waren ja auch Bienen. Kriegst du ja maximal eine Wabe raus. Eine Biene und Honig. Okay, wir nehmen einfach Beeren mit. Dann habe ich gleich keine Energie mehr. Dann teleportiere ich mich. Dann gehen wir schlafen. Dann können wir nochmal beten. Ah, die Kirche, ne? Die müssen wir auch schnellstmöglich auf Vordermann kriegen. Einfach mal sagen, magst du die Beeren nicht einsammeln? Nicht genug Energie. War klar. Äh, wir können uns jetzt aber teleportieren. Benutzen. Ab nach Hause. Ja, zum Steinbruch wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Äh, die kommen hier rein. Das Buch... Ne, ups. Das wollte ich eigentlich lesen. Die Äpfel kann ich da auch reinpacken. Aber die Pilze habe ich auch noch. Oder den einen Pilz. Benutzen. Zack, nochmal 25 Punkte. Mehr. Richtig gut. Ich glaube, ich hätte das auch studieren können vorher, das Buch. Hätte mir bestimmt was gebracht. Ich habe vergessen, die Keramik-Sachen einzutauschen. Das war nicht so schlau. Da haben wir echt wohl viel langsam, ne? Ich packe die Samen erstmal da unten rein. Ich werde die jetzt noch nicht absammeln. Äh, oder ernten, wie auch immer. Aussäen, wollte ich natürlich sagen. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Muss ich mal so pauschal gestehen. Ah, ich habe unten den Dünger noch nicht an. Ah, ist egal. Ist egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben auch noch genug bei uns in der Kiste. Wir legen uns jetzt pennen. Dann sind wir voller Energie. Dann können wir eben wegen den Karotten gucken und schauen bezüglich einer Leiche nochmal, die wir eventuell dann ja über den Esel kriegen. Jetzt halt eh noch Nacht. Deswegen passt das ganz gut. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Und wir gehen weiter. Moment. Ich glaube, ich brauche. Ne. Honig muss ich mir dann demnächst nochmal besorgen. Dass wir da dann, äh, halt Honig haben, um das vernünftig hinzukriegen. Hier wollte ich mir ja den Steinschneider 2 bauen. Das machen wir jetzt eben. Ist jetzt gerade Nacht, ne? Ist jetzt gerade eh Nacht. Die sind alle am Pennen. 5 Holzbalken, 6 Balken und nochmal Nägel. Also Nägel machen wir mal eben. Gut. Muss ich leider 3 Runden von herstellen. Und dann brauchten wir noch hier, äh, ach ne, die kann ich ja auch hier unten herstellen, ne? Die Balken. Hier. Ja. Da brauchte ich halt noch Balken. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt genau, ob 6 reichen. Ich würde das Rezept gerne vormerken können, weißt du? Äh, Steinschneider 2 Balken reichen. Ja, Holzplanken brauchen wir jetzt noch. 5 Stück. Die stellen wir auch mal eben hier unten her. Haben wir auch danach immer noch genug Zeit. Da kriegen wir mehr raus. Siehst du das? Ach nee, vorher hat man die Holzplanken aus den Balken gemacht. Okay. Gut, äh, sei mal so in Raum gestellt, dadurch sparen wir uns halt einen Schritt. Also brauchen wir die beiden hier umbauen. Ach doch, für Brennholz. Aber den hier brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Den könnten wir eigentlich abreißen. Dann brauchen wir den Steinschneider 1 haben wir ja schon weg. Steinschneider 2. Ach toll, ist ein größerer. Ach super. Richtig toll. Äh, wenn ich den hier wegnehme, passt der trotzdem nicht, weil der hier im Weg steht. Den packe ich dann hier hinten hin. Ist egal. Das sortieren wir irgendwann mal hier, ne? Mit den Dingern von A nach B schieben. Jetzt habe ich hier zwei Öfen und nur einen, den ich laufen lassen kann. Das ist schade. Fertigen. Stein. Poliert der Stein, dadurch kriege ich ein Steinkreuz, das ich auch noch nicht erforscht habe. Ui, 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 alles klar. Da ist, kommt ein bisschen auf uns zu. Kann ich hier noch irgendwie was einschmelzen? Das macht keinen Sinn. Ich könnte einfach mal Grafit herstellen. So, ich lasse einfach mal durchlaufen. Warum nicht, ne? Platz haben wir noch. Gehen wir jetzt eben zur Kirche. Beten einmal. Vorher nehme ich natürlich noch Karotten mit, die ich wie immer vergessen habe mitzunehmen. Dann packe ich dem jetzt gleich zehn Stück rein. Aber ich meine, ich hatte ihm schon mal zehn gegeben. Meine wohl. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihm... Oder ich habe nicht auf Bestätigen gedrückt oder so. Bei unserem Glück schmeißt er die Leiche eh sofort runter und dann kommen wir nicht mehr hinterher. Schwierig. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Ich glaube, ich habe vergessen, auf Bestätigen zu drücken. Was ich natürlich auch vergessen habe, ist jetzt das Buch. Oh Mann, das ärgert mich. Da habe ich wirklich, habe ich einfach vergessen, bei dem Esel auf OK zu drücken. Quasi. Also ich hatte die im Inventar, aber habe nicht auf die Karotten gedrückt, wa? Weil mir halt gesagt wurde, dass er das Öl nicht braucht. Und mich hat das halt auch gewundert, dass ich dachte so, hä, wieso brauchst du das denn jetzt unbedingt? Er möchte wieder ein paar Worte sagen. Dann sind wir gespannt. Wahrscheinlich wieder... Schade, dass es immer die gleichen sind. Oh, zwei Kugeln gekriegt. Sehr gut. Na komm. Ah, doch, doch. Wieder vier Kugeln bekommen. Das ist okay. Wir müssen hier halt nochmal ein bisschen unsere Kirche aufmotzen. Tolle Predigt, tolle Predigt. Das kann ich halt nicht skippen, ne? Ah, das ist... Das ist so ein bisschen in die Länge gezogen, ne? So, die Kugeln mit. Dann gehen wir mal eben forschen. Dann müsste das auch gleich Ding Dong machen, weil der Esel dann auch wieder da ist. So, wir untersuchen einmal dieses Kreuz. Und eine Geschichte dazu bekommen. Dann untersuchen wir dieses Kreuz. Und dann gucken wir nochmal eben. Die Sachen sind alle nur... Gut. Sachen, die wir so nicht brauchen. Dann... Ich packe mal hier den Balken rein. Die Geschichte packe ich da rein. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Füge dem Grab 0 von 3. Das ist gar nicht so schlecht, das Steinkreuz, ne? Ah, gut. Komm, die Energiekugeln packe ich auch hier unten rein. Brauchen wir so nicht. Die Nägel packe ich jetzt auch einfach da rein. Äh... Das kommt gleich nach oben. Und dann können wir auch nämlich irgendwann hier sagen... Wir räumen hier auf, ne? Einfache Eisenteile und Keile. Dann kommen wir nämlich von hier einfach rüber. So, ne? Dann muss ich nicht... So bescheuert oben rumlaufen. Sondern komme ich halt direkt aus dem Haus hier unten rein, ne? Was brauchen wir jetzt dafür? Holzkeile... Und einfache Eisenstücke. Haben wir beides eigentlich noch in der Base, oder? Holzkeile und einfache Eisenstücke. Kann ich denen noch was verkaufen? Ach hier, Schüsseln. Mist. Die habe ich jetzt nicht mehr hier, ne? Doch, habe ich hier. Gib ihm die Schüsseln. Puh, sind die hässlich. Aber es reicht für die Armen. Boah, das ist so ein Arsch, ne? Deine Beteiligung in der kirchlichen Angelegenheiten freut mich sehr. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, deine Kirche in eine große Kirche umzuwandeln. Das bedeutet mehr Glaube und mehr Geld. Mit einer großen Kirche bist du Gott näher. Und was sonst ist mir wichtiger als Heiligkeit. Aber das liegt noch weit in der Zukunft. Zunächst muss hier erst einmal alles so perfekt sein, wie mein Haarschnitt. Ha, 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 ha. Und damit meine ich sowohl die Kirche als auch den Friedhof. Erreiche 30 auf dem Friedhof, erreiche 20 in der Kirche. Ich werde mein Bestes geben. Wo wir gerade von hohen Standards sprechen, ich wäre hoch erfreut, wenn du mir ein paar Fische besorgst und mir Hunger tot retten würdest, okay? Und ich nicht einfach irgendeinen Fisch. Ich brauche ein gutes Fischfilet. Du findest die passenden Fische in der Nähe des Wasserfalls. Ja, das habe ich ja schon. Okay. Nein, ich kann einfach kein Fleisch essen. Und was die Fische im Stadthafen angeht, nun, nein, danke. Nicht solange das elende Totenschiff dort vor Anker liegt. Du bist also meine einzige Hoffnung. Ich verliere wegen meiner schlechten Ernährung schon meine Haare. Ah, das ist halt ein ekliger Typ, ne? Das ist ein ekliger Typ, bleibt eklig, ist eklig. Das ist, äh, sag ich mal, Kerzen von dem Kaufen? All die Kerzen kann ich doch jetzt hier oben reinstecken in die Kerzenleuchter. Oder? Zack. Und hier auch nochmal, siehste. Zack. Sind wir schon bei elf, ne? Wir müssen nur bei zwanzig. Also ich habe ein größeres Problem mit unserem Friedhof, glaube ich. Den schick zu machen. Dann müsste ich, müsste ich mir vorher nochmal so eine Urkunde hier aus Rippen leiern. Ach, das geht sogar noch. Zwei? Das geht doch, das geht wirklich noch, ne? Davon bräuchte ich zwei Stück. Damit ich hier die Leiche und die rausnehmen kann. Damit ich da noch Blumenbeet hinsetzen kann, ne? Äh, ich mach mal Grabstätte, dann seht ihr das ja eigentlich nicht mehr. Nee, Mist. Blumenbeet. Habe ich natürlich keine Sachen hier. Aber ich glaube, hier und hier konnten wir noch ein Blumenbeet setzen, ne? Hier und da. Das heißt, die beiden Leichen müssten noch raus. Das heißt, ich bräuchte zwei Erlaubnisse. Zwei habe ich jetzt. Zack. Zurück. Dankeschön. Das heißt, wir könnten das und das eben abreißen. Oder auf jeden Fall schon mal zum... Entfernen. Achso, ich muss vorher, äh, das entfernen. Oh, dafür habe ich auch ein bisschen wenig Energie. Ich ziehe mir mal so einen Kuchen rein. So, dann entfernen wir das Ding hier auch. Dann nehmen wir die Leiche da raus, buddeln das Loch wieder zu. Die kann gerne, die kann gerne verrotten. Dann kriegen wir das nämlich zugestellt. Qualität 28? Wieso ist die Qualität auf einmal so sau hochgeschossen? Hä? Hä? Äh, fucking kidding me? Wir waren doch irgendwie vorher bei, bei sechs oder so. Zwei, vier, sechs. Vielleicht bei, bei, vielleicht bei zwölf, aber bei 28? Hä? So hoch war ich doch noch nicht, oder? War die Leiche so kacke? Ne. Oder? Oder echt jetzt? Warte mal. Ich habe da gerade... Komm mal hier. Du gehst mal hier hin. Hups, ne. Das wollte ich nicht. Wir brauchen acht Holzscheite. Ich verbrenne die hier. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Habt ihr das denn auch gesehen? Oder bin ich gerade irgendwie ein bisschen gaga in der Birne? Ich meine, ich weiß, ich bin sowieso mal ein bisschen durch den Wind. Aber echt jetzt? Ich bin hart am überlegen. War das wirklich so? Ha, egal. Ihr werdet es mir schon sagen. Oder ich sehe es beim Schneiden. Äh, dann werde ich es wahrscheinlich auch selber bemerken, wie es wirklich war. Ähm. Kann ich doch irgendwie noch verarbeiten, oder? Kann ich die nicht... Ich konnte doch irgendwie meine... Die Dinger hier noch kaputt machen wieder. Ich zerstöre die Dinger einfach. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Und ich habe da keine Lust, Ewigkeiten zu suchen. Ich möchte nämlich eigentlich nur unten diesen Scheid fertig bauen. Und dann mal eben die Leiche verbrennen. Dann können wir nämlich auch mal irgendwann gucken wegen Uhren, ne? Also Uhrenbestattung soll gut sein. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Jetzt ist es natürlich ziemlich viel... ...Tufskram, den wir hier fertig machen. Okay, und jetzt kann ich die Leiche... ...Krass. Krass, oder? Geil. Das lassen wir mal eben durchbrennen. Cool. Jetzt ist die gleich weg und dann kriegen wir da was raus, oder? Brennt die lange? Ah, ne. Fertig. Guck mal, Bestattungsurkunde. Asche und Salz. Kann ich hier jetzt nochmal so ein Ding hinbauen? Ach so. Okay, und jetzt können wir irgendwie hier mit dem Krug... ...können wir dann sagen, hey, hallo? Äh, da machen wir so ein Dings raus. Wo habe ich das denn nochmal gemacht? War das unten in der Kirche? Ich glaube wohl, ne? Guck mal eben ganz kurz was. Leitfaden für Geistliche. Jo, ach so. Ne, dann benutzen wir den, wollte ich eigentlich sagen. Die da rein, da rein. Die packe ich auch da rein. Das packe ich auch mal da rein. Die Schalen auch. Äh, die jetzt auch. Dann haben wir das. Und ich werde das mal eben hier... benutzen. Zack. Fünf Punkte dazugekriegt. Die kommt auch wieder hier rein. Und jetzt wollte ich nämlich, bevor ich runtergehe in den Keller... ...ääh, Holzbalken, äh, Holzkeile und einfache Eisenstücke mitnehmen. Gleich ein 1 von 1. Der war schon da. Der war schon da. Scheiße. Äh. Äh, so ein Mist. Nein. Okay, äh, ich werde dann wahrscheinlich... Ich werde die auch verbrennen. Ich glaube, ich verbrenne die auch. Komm, pack sie hier hin. Hopp. Dann brauchen wir noch Bäume. Äh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird wieder... Das zieht sich gerade wieder. Aber gut. Wir machen jetzt eben hier mal den Baum weg. So, und du kommst da auch hin. Dann haben wir hier unten noch einen Balken. Ich werde den hier auch auseinander nehmen. Dann müsste ich dann wieder auf zwei kommen. Ah, guck, doch noch einer mehr. Gut, ist nicht schlimm. Gerade beide kriege ich nicht geschoben. Ah, doch, so ein bisschen. Ah, wenigstens so grob in die Richtung, ne? Grob in die Richtung, wo wir hin müssen. Da müssen wir... Da müssen wir nicht mehr so ewig laufen. Jetzt brauchten wir wieder für die Verbrennung acht von diesen Dingern. So. Dann könnte ich da unten auch mal eine Kiste hinpacken, ne? Das wäre vielleicht dann auch noch mal ein Schritt, den ich machen könnte. Nicht genug Energie. Boah. Wir sind in einer weiteren Folge Graveyard Keeper angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste. Bis dahin. 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 Bis dahin.